Moin zusammen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal einen kleinen Trick zum Thema 3D-Modellieren, von dem ich glaube, dass viele ihn möglicherweise gar nicht kennen. Ich habe hier mal so einen einfachen Vollkörper schon mal vorbereitet, wie man das macht. Ich denke, das wissen die meisten, darum soll es hier auch gar nicht gehen. Das ist ein Beispiel zur Arbeitsebene mit drei Punkten. Die Arbeitsebene, die werden die meisten kennen, die ist ja hier in der Konstruktionspalette und hier in der 3D-Modellieren-Palette haben wir auch noch mal eine, das ist das gleiche Werkzeug, so viel ich weiß. Die beiden Methoden findet ihr hier in der Methodenzeile und die, ich denke mal, bekannteste Methode ist diese zweite hier, definiert durch Fläche heißt die. Das heißt also, ich kann hier auf eine Fläche meiner Objekte klicken und die Arbeitsebene legt sich mit nur einem Klick dann eben auf diese Fläche. Es gibt noch eine Alternative dazu, das ist die automatische Arbeitsebene, die werden auch viele kennen. Ich will mal, um das zu zeigen, hier einfach so ein Rechteck an und drücke jetzt die Taste A auf meiner Tastatur und jetzt sehen wir, dass die Arbeitsebene sich automatisch auf die Fläche legt, über die ich mit meiner Maus fahre. Das wird dann hier so magenta eingefärbt, könnt ihr erkennen. Weder diese Methode mit der Arbeitsebene durch Fläche noch die automatische Arbeitsebene helfen uns dabei, wenn wir jetzt hier diese Ecke, also praktisch die Ecke hier abschneiden wollen. Denn wenn ich hier anfange zu zeichnen auf dieser Fläche, dann komme ich zum Beispiel niemals hier rüber mit auf diesen Punkt, weil meine Arbeitsebene jetzt auf dieser Fläche liegt. Das heißt, ich nehme mir noch mal das Arbeitsebene-Werkzeug, wähle die erste Methode, Arbeitsebene definiert durch drei Punkte. Und dann klicke ich zuerst auf diesen Punkt, auf diesen Punkt und dann hier vorne hin. Und jetzt sehen wir, dass die Arbeitsebene hier so schräg in dem Objekt drin liegt. Und jetzt nehme ich mir mal mein Polylinie-Werkzeug und zeichne eine Polylinie von hier nach hier und nach hier. So. Und dann ziehe ich das einfach in die Höhe, wenn wir so wollen. Ist also jetzt ein Extrusionskörper als Hilfsgeometrie. Ich aktiviere zusätzlich meinen Vollkörper und dann sage ich Schnittvolumen löschen. Jetzt wird mir dieser Vollkörper rot eingefärbt. Das ist auch vollkommen korrekt. Denn das Objekt, was ich einfärben möchte, Entschuldigung, was ich beschneiden möchte, das muss eben rot markiert sein. Okay. Und jetzt haben wir diese Ecke hier abgeschnitten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und auch über ein Abo würde ich mich natürlich immer freuen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.